Ne? Ihr futtert ihr? Es ist aber in der Sonne jetzt draußen auch mächtig warm. Ich merke das selber. Ich habe ganz dicke Socken an und einen ganz dicken Winterpulli. Jetzt kommt die Sonne raus und es ist total heiß. Oh, ich muss ja noch das Objektiv putzen. Bitte! Bitte! Du kannst aber auch grummelig gucken. Du guckst wirklich wie Miss Flodder. Mir liegt das so auf der Zunge, dich Miss Flodder zu nennen, weil du so unfreundlich gucken kannst. Ne? Nur wenn es Leckerli es gibt, dann gehen die Augen auf. Aber du bist eine richtig hübsche Maus. Du hast gar keinen Grund, so grummelig zu gucken. Mäuschen. Normalerweise liegt sie ja... Ups. Ja, das ist genau, ich muss jetzt eben mal putzen. Kann man sonst nichts sehen. Hier liegt sie sonst eigentlich jetzt gerne, ne? Ne? Siegerlich! Wie? Vielen Dank.